Liebe Freunde von Bad Kreuznach-Lacht, ich freue mich heute einen ganz besonderen Gesprächspartner zu haben und zwar machen wir heute einen Hausbesuch in Köln bei? Bei mir, beim Erik und ich freue mich total, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch, dass wir da sein dürfen. Dankeschön, Erik Schroth. Du bist Moderator für ganz verschiedene Events und auch im Fernsehen hat man dich schon mehrfach gesehen. Welche große Fernsehshow würdest du gerne mal moderieren? Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Natürlich wie jeder andere, der wahrscheinlich irgendwie auf die Bühne will, träume ich davon, irgendwann mal die große Samstagabendshow wieder aufleben zu lassen. Ob der Traum irgendwann wahr wird, wir werden es sehen, aber ich glaube, die kleinen Schritte, die ich da so machen darf im Fernsehen, die sind auf jeden Fall auch schon mehr, als ich mir je habe erträumen können und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden und sehr dankbar für all das, was ich so machen darf in meinem Leben. Viele haben dich vielleicht schon gesehen, du warst ja bei unserem letzten Event auch dabei. Was mir aufgefallen ist, du bist ein überzeugter Bartträger. Also wenn ich dich jetzt darum bitten würde, dir den Bart abzurasieren, was würdest du mir dann antworten? Für welchen Zweck? Also ich glaube, das ist schon hart. Letzte Woche gerade habe ich mich rasieren wollen und stelle alles so schön ein, Elektrorasierer und sowas und dann zack, setze ich an, hatte ein Riesenloch im Bart, weil ich leider vergessen habe, einen Aufsatz drauf zu machen. Ich musste danach auf die Bühne. Wir hatten Gott sei Dank Maskenbildner, die es dann weggeschminkt haben, aber so ohne Bart sehe ich glaube ich aus, als wäre ich gerade irgendwie eingeschult worden. Also von daher, für einen guten Zweck würde ich sicherlich machen, aber da muss schon noch ein richtig guter Zweck geben. Ich habe gesehen, du sagst, moderieren und auf der Bühne zu stehen sei für dich wie eine Droge. Wann hat deine Sucht angefangen? Also wann war das das erste Mal? Das erste Mal war, glaube ich, tatsächlich im Kindergarten. Also ich war immer so eine kleine Rampensau und habe dann das erste Mal auf der Bühne gestanden als Plitsch-Platsch-Pinguin. Kennt wahrscheinlich jeder. Ich kenne es nicht, was ist das? Ist eigentlich so eine Kindergeschichte, ein Kinderlied, das man oft aufhört im Kindergarten. Beim Sommerfest war es dann bei uns auch so weit und ich war dann einer der Pinguine, die dann da drüber watscheln durften. Und da war eigentlich so ein bisschen mein, ja, mein Entertainer-Geist geweckt. Also es ging sehr, sehr früh los. Wir von Bad Kreuznach-Lacht helfen ja mit unseren Spendengeldern Menschen, die es nötig haben. Was sagst du, warum ist es wichtig, Gutes zu tun? Weil ich glaube, gerade wenn man sich so in der ganzen Welt umguckt, was da alles passiert, uns geht es wirklich gut. Und wir müssen ja nicht nur dankbar sein, wie ich finde, für all das, was wir haben, sondern wir sollten auch einfach drum herum gucken. Und wir können mit so einfachen Mitteln ganz, ganz viel bewegen und nicht nur auf unsere eigenen Füße schauen, sondern eben darüber hinaus. Und deswegen finde ich, ist gerade Bad Kreuznach-Lacht ja etwas, das durch das Einfachste im Leben hilft, nämlich durch Lachen. Und das ist uns alle in die Wiege gelegt worden. Und ich finde, wir lachen alle viel zu wenig. Wir könnten viel mehr lachen, weil es kostet nichts, aber wir können helfen. Unser Lachbotschafter Erik Schroth, vielen Dank. Und jetzt hätten wir natürlich gerne noch deinen Lieblingswitz gehört. Früher habe ich einen Witz nach dem anderen gekonnt, jetzt einen Standardwitz habe ich. Achtung, kommt ein Cowboy vom Friseur, Pony weg. Super. Danke dir. Danke, dass wir hier sein durften in deinem wunderschönen Garten. Man muss das einfach mal festhalten. Das ist sehr schön. Ihr wohnt noch gar nicht so lange hier, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben gerade alles hier so ein bisschen umgebaut. Und der Garten, der ist eigentlich nächstes Jahr erst an der Reihe. Wir haben ein bisschen improvisiert, ein bisschen Holz an die Wände gemacht. Und hier ein paar kleine Dekoartikel. Liegt mir ja jobmäßig mit im Blut mit meiner Eventagentur. Da haben wir dann den ganzen Keller voll. Also von daher, es geht. Dankeschön für das Interview und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Event. Mit Sicherheit. Vielen Dank. Und wir danken auch unseren Partnern.